Zwei Fakten zu The Walking Dead, let's go. Bevor Andrew Lincoln als Rick Grimes gecastet worden ist, gab es noch andere Schauspieler, die im Rennen um die Rolle dabei waren. Der Top-Favorit auf die Rolle von Rick Grimes war allerdings Thomas Jane, den manche von euch vielleicht aus The Expanse oder The Mist kennen. Doch dieser hat die Rolle von Rick Grimes abgelehnt, weil er in einer anderen Serie schon gecastet war. Nur weil er abgelehnt hat, konnte dann im Endeffekt Andrew Lincoln Rick Grimes werden. Und die meisten wissen ja inzwischen, dass die Comics von Robert Kirkman geschrieben werden. Und Robert Kirkman hat nicht nur Werke wie The Walking Dead, sondern er ist auch der Erfinder von Marvel Zombies sowie von Invincible, was auf Amazon Prime läuft, was ich nur empfehlen kann. Wenn ihr Content zu DayZ und The Walking Dead gefällt, kannst du mir ja gerne folgen.